Verflucht! Kurzschluss! Oh, nein! Haben Sie auch kein Licht? Nein! Dann muss es halt Stromausfall sein! Schöne Aussichten sind das! Nicht eine verdammte Kerze im Haus! Wie soll ich da einem Millionär meine Kunst zeigen und deinen Monster-Vater bei Laune halten? Guten Abend! Oh, ich kann dir alles erklären! Geh ins Schlafzimmer und warte dort auf mich! Jetzt? Sind Sie sicher, dass das die Hand Ihrer Tochter ist, diese Woche? Sir, wo immer Sie auch gerade sein würden... Hier! Was zum Teufel tragen Sie hier? Hallo! 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 Das ist was I say, I say yeah yeah.